Rudolf Eucken Martin Luther, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin und die Reformation 1. Einleitung Innere Wandlungen hatte das Christentum bis zur Reformation in Hülle und Fülle durchgemacht, ohne dass diese Wandlungen einen schroffen Bruch ergaben und den Zusammenhang der Bewegung zerstörten. Dass die Sache jetzt anders verlief und dass eine neue Art des Christentums aufkam, erklärt sich schwerlich aus der Religion allein. Eine Veränderung der gesamten geistigen Lage, des Lebensgehaltes, des Lebensgefühles war sicherlich dabei im Spiele. Das alte Christentum hatte seine Gestalt unter starken Einflüssen einer eigentümlichen Zeit erhalten. Die Menschheit war damals der Kultur satt und müde geworden, die Arbeit entbehrte großer Ziele, die Individuen fühlten sich schwach und überlegener Hilfe bedürftig. Der massenhafte Zustrom ungeläuterter Elemente seit dem 4. Jahrhundert gefährdete die geistige und sittliche Höhe. Dazu bedrückte jene Zeit ein schroffer Gegensatz von Geist und Sinnlichkeit. Ein solcher Stand der Dinge machte zum dringlichsten Anliegen, dem Menschen einen festen Halt in einer überlegenen Ordnung zu geben und ihn dadurch allem Zweifel zu entziehen, aller Unzulänglichkeit zu entwinden und vor allen Stürmen in einen sicheren Hafen zu retten. Man sehnte sich nach unantastbarer Autorität und nach unbestreitbarem Abschluss. Man wollte sich selbst entlasten, daher man brachte dem Geheimnisvollen, dem Magischen, dem Unbegreiflichen die breiteste Stimmung entgegen. Wenn also damals die Glaubenslehren in ein geschlossenes System zusammenwuchsen und die Ordnung der Kirche den Anspruch erhob, den Individuen alles heil zu vermitteln, sie aus Not und Nichtigkeit des nächsten Daseins in eine höhere Welt zu versetzen, so entsprach das den Bedürfnissen der Zeit und zog daraus eine unwiderstehliche Macht.